Willkommen zum E-Mobility Update am Donnerstag, den 3. Oktober. Während wir die deutsche Einheit feiern, liebäugelt im fernen Asien ein weiterer Elektronikkonzern mit dem Einstieg ins Geschäft mit Elektrofahrzeugen. Die Rede ist von Sharp. Wir zeigen Ihnen das erste Konzeptfahrzeug der Japaner in den nächsten Minuten. Sony aus Japan und Xiaomi aus China haben bereits vorgemacht, wie große Elektronikhersteller das Geschäft mit E-Fahrzeugen angehen können. Auf seinem Tag Day 24 hat nun auch Sharp ein erstes EV-Konzept vorgestellt, und zwar den Personentransporter LDK+. Besonders eilig hat es Sharp mit seinen Ambitionen aber nicht. Das vage Ziel des Konzerns ist es, zum Ende dieses Jahrzehnts mit dem Verkauf eigener Elektrofahrzeuge zu beginnen. Der anfängliche Zielmarkt wird Japan sein. Ein Produktionsstandort muss aber auch erst noch festgelegt werden. Als Kooperationspartner ist aber schon mal der taiwanesische Auftragsfertiger Foxconn an Bord. Dieser soll die E-Fahrzeuge letztendlich herstellen, sei es in Japan, China oder anderswo. Foxconn wurde zwar als iPhone-Herstellerwelt bekannt, hat die Produktion von Elektroautos aber schon länger als neues Geschäftsfeld ausgemacht und baut aktuell ein Versuchsfertigungszentrum für Elektroautos in China. Kommen wir nun aber zum Konzeptfahrzeug LDK Plus von Sharp. Viele Informationen zum Antrieb oder dem Akku gibt es noch nicht. Bei dem Elektroauto steht vielmehr der Innenraum als erweitertes Wohnzimmer im Zentrum des Interesses. In den Prototypen lassen sich die Rücksitze nach hinten drehen. Wenn die Tür geschlossen wird, schließen sich auch die Flüssig-Kristallfensterläden an den beiden Seitenfenstern und erschaffen einen privaten Raum. Basierend auf den Informationen, welche die KI von Haushaltsgeräten im täglichen Leben lernt, stellt sich die Klimaanlage und die Helligkeit automatisch nach den Vorlieben der Fahrzeuginsassen ein und schafft so einen komfortablen Innenraum. Das Heck des Fahrzeugs ist mit einem großen Display ausgestattet. Es kann nicht nur als Kinoraum oder Spielbereich für Kinder genutzt werden, sondern auch für die Arbeit an entfernten Orten, an denen man sich allein konzentrieren möchte. Der große Bildschirm ermöglicht eine nahtlose Kommunikation mit den Familienmitgliedern zu Hause und bietet einen sicheren und bequemen Raum, als ob diese sich im Nebenzimmer befänden. Darüber hinaus ist das Elektrofahrzeug mit Solarzellen ausgestattet. Und die Traktionsbatterie soll mit dem Haus verbunden werden können, wo die KI ein optimales Energiemanagement für das Haus und das Elektrofahrzeug ermöglichen soll. Im Fall eines Stromausfalls soll der in der Batterie gespeicherte Strom dann auch im Haus genutzt werden können. Wir sind gespannt, ob Sharp dieses Elektrovan wirklich auf die Straße bringt und bleiben natürlich für Sie dran.